Learn and play! Und er, sallallahu alayhi wa sallam, sagte, sitzt jemand an einem Ort, an dem er nicht Allahs gedenkt, so wird von Allah Entbehrung auf ihm herabkommen. Und wenn er an einem Ort liegt, an dem er Allahs nicht bedenkt, so wird von Allah Entbehrung auf ihn herabkommen. Und er, sallallahu alayhi wa sallam, sagte, keine Menschen, die sich an einem Ort versammeln und weder Allahs gedenken noch für ihren Propheten Segenwünsche aussprechen, ohne dass dies eine Entbehrung für sie sein wird. Und wenn Allah will, wird er sie bestrafen. Und wenn er will, wird er ihnen vergeben. Und er, sallallahu alayhi wa sallam, sagte, Leute, die von einer Zusammenkunft aufstehen, in der sie Allahs nicht gedacht haben, sind, als hätten sie sich von dem Kadaver eines Esels aufgerichtet. Und dies wird eine Ursache des Kummers für sie sein.